Hallo, liebe Deutschlernende! Ich wollte heute mal etwas anderes machen. Ich filme mich immer, wenn es mitten am Tag ist. Ich filme mich oft, wenn die Sonne scheint. Und ich wollte mich heute mal mitten in der Nacht filmen. Denn ich denke, die Nacht hat auch ein sehr eigenes Gefühl. Es ist immer alles sehr ruhig und friedlich. Und manchmal genieße ich die Nacht. Manchmal bleibe ich länger auf, um zu arbeiten, um zu lesen oder auch, um mir Serien anzuschauen. Aber gerade wenn ich arbeite oder lese, dann merke ich, dass ich mich viel besser konzentrieren kann. Weil alles so ruhig ist. Nichts passiert. Man hört kaum Geräusche. Es ist alles sehr ruhig. Und das finde ich auch sehr beruhigend. Und wie gesagt, ich kann mich viel besser konzentrieren. Und es ist natürlich doof, am nächsten Tag dann entweder müde zu sein oder ich muss meinen ganzen Tag umplanen. Das ist dann nicht so schön. Aber dafür genieße ich ab und zu nicht allzu oft. Aber ein, zwei Mal im Monat genieße ich die Nacht. Und das ist total schön. Und ich sitze hier auf meiner Fensterbank und normalerweise hört man hier viele Geräusche. Aber jetzt ist alles so ruhig. Ich habe keine Ahnung, was ihr von diesem Video haltet. Es ist mal was ganz anderes, mich in der Nacht zu filmen. Aber ich wollte es einmal machen. Alle meine anderen Videos sind immer sehr hell. Und man sieht mich immer sehr gut. Und in diesem Video sieht man mich wahrscheinlich nicht so gut. Und es ist sehr dunkel. Aber dafür fühle ich mich ganz anders und viel ruhiger. Und ich möchte diesen Moment mit euch teilen. Ich habe mich einfach entschieden, diesen Moment mit euch zu teilen. Denn ich möchte auch immer möglichst authentisch sein. Und ja, ich habe das Gefühl, mit Videos wie diesen kann ich authentischer sein. Und kann euch auch solche Aspekte meines Lebens zeigen. Ich hoffe, du fandest dieses Video interessant. Vielleicht verstehst du auch mehr von dem, was ich sage, weil ich gerade sehr ruhig bin und auch sehr ruhig spreche. Und ja, wie immer. Bis morgen. Wir sehen uns. Tschüss.